Schönen guten Abend meine Freunde der Nacht. Wir sind wieder da, um Once Human zu spielen. Gut gegessen. Jetzt können wir uns ans Eingemachte machen. Okay. Ja, was heißt das? Ah, okay. Ah, okay, 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 cool. Und was bringen mir die Sachen? Was ist das? Ich bin mir nicht 100% sicher. Sicher. Exchange Currency for redeeming. Rare Items in Season 4. Okay, cool. Bin ich mal gespannt, wenn es dann soweit ist. Interesting, interesting. Okay, gehen wir wieder zurück. Wir waren damit beschäftigt. Ah ja, wir brauchen Hide. Uhrzeit. 19 Uhr. Das ist okay. Carla still won't talk to you. Okay. I don't know who is Carla. Seems funny. Auf jeden Fall ist es schon cool, dass man sich so Nachrichteninteresse. Seems like a nice community, auf jeden Fall. Neuer. Dann wollen wir mal. Trinken könnte man sich demnächst überlegen. Hatten wir zuletzt irgendwelche Updates? Nö. Scheint nicht so zu sein. Na schön, dann gehen wir ans Wasser. Also Tiere müssen trinken. Theoretisch müsste da irgendwann mal... Papa, ich höre was. Das ist es ein Baby. Ja. But, honestly... I'm too lazy to search. I'm sorry. Bye, Baby. You will be put to good use. Das war jetzt echt keine Haut dabei. Jetzt erzähl mir nichts. Komm, hör auf. Ach, hör auf. Ach, hör auf. Ach, hör auf. Okay. Einfach nur, damit ich mich schlecht fühle. Völlig umsonst. Mahn. Unnötig. Stellt sich die Frage, wo die Eltern sind. Oh. Nun gut. Level 21. Okay. Es soll dann wohl Regen... Wow. Ripple in time. Ripple in time. There it is. Nein, das ist nicht Ripple in time. Das ist nur das, was die Leute da machen. Aber Ripple in time ist dann was. Hm. Anlässe... Ich verstehe es falsch. Dann ist natürlich wieder was anderes. Also wirklich gar nichts. Das ist schon sehr merkwürdig. Wo sind wir denn? Sind wir in einer abgelegenen Gegend? Da hinten ist dann wieder hoch. Ja, vielleicht da in die Richtung. Hoppala. Hoppala, poppala. No, ja. No, ja. Hm. Recycling-Zeugs war das gar... Okay, das kann ich herstellen. Das ist nicht das Problem. Aber dann wissen wir... Hoppa. Dann wissen wir, dass wir zumindest noch ein bisschen extra Kupfer besorgen können. Das ist nicht das Problem. Nichtsdestotrotz möchte ich aber jetzt endlich halt haben. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Irgendwas wollte ich damit craften. Irgendwas war es und ich habe es für notwendig gefunden. Aber ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Mein Fokus liegt darauf, das zu besorgen. Wenn ich es habe, dann können wir darüber reden, wofür ich es benutze. Hoppa. Also, wenn man abundantly essen und trinken hat... Ja, alter. Reuspert sich weg ins Mikrofon. Schlau. Wenn man genug Nahrung und Getränke hat, dann ist es wahrscheinlich, beziehungsweise ist es offensichtlich am besten, durchgehend mit höchster Zufriedenheit rumzulatschen, weil du da die ganzen Boni hast. Aber since I don't know what will happen... Womö möchte ich das jetzt nicht inflationär gebrauchen? Nur um am Ende dann zu jämmern, dass ich nichts finde. Von dem her. Da hinten ist ein Dude, den frage ich mal. Cool. Sehr schön. Ich wollte ihn fragen. Und er wollte nicht antworten. Hat uns beiden den Atem gespart. Hey, Zau. Was geht da hinten ab? Zone. Ja, ich lag jetzt nach Hause und bau wenigstens ist das Ding fertig. Vielleicht passiert hier irgendwas Cooles und dann ergibt sich das Problem von selbst. Non? so vielleicht ein bisschen weiter das außen ich glaube da waren sogar gegner also etwas da vor der gegner als dies als die basics die ich normalerweise habe ich sollte vielleicht erst mal die erste gegend in der ersten gegend waren viele sogar zuhauf ja weißt du was wir laufen jetzt einfach hier im großen kreis nach hause und dann was ist das und dann machen wir uns auf den weg zurück was ist das ist haben wir jetzt haben wir die plätze in ihr sprint was ist das okay natürlich werden wir mit einem haupt vertraut so ganz klar hat vertraut nur ganz langsam weil zu später ist nie vielleicht behalten sich die fücher nicht bin so offen entgegen in so offenen oder bei so offenem gewässer auf kann 1000 gründe geben was für eine logik die developer sich dahinter gedacht haben ja watch okay wow 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 i did not mean to and i don't want to be here hat und erlebt noch warum bin ich hört was ist passiert ich habe doch gar keine hey macht keinen sinn oder ist was passiert ich habe es nicht gesehen also ich verstehe es nicht aber okay passt schon es wird noch Ja, hör doch. Oh, boi. Come hier, bro. Come hier, bro. Old Currency. Bin ich mal gespannt, ob das dann nur Material ist, das verbaut wird oder zerlegt wird. Excuse me? Nun gut, nun gut. Ja, never mind. I have to prioritize. Junge. Hm. Hm. Ja. 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 Ich hab's. Was ist denn das Text hier oder? Oh ja, kein Problem. ja wenn man sich nicht sicher ist ein bisschen mehr als gedacht aber ich habe genug money oder ist noch der lieb noch hat voll vergessen level 10 ja im rücken bitte da unten und da oben was ist das sind es zwei oder ist das einer es ist nur einer in der post hat so ausgesehen weil es ist er da blöd es steht ja richtig blöd jetzt sehe ich nicht mehr ob ich wollte ich näher an summen aber hat wohl nicht so ganz funktioniert nevermind holen wir uns wenigstens unsere dinge zurück ich bin ein farmer bin geboren auf dem land um wenn man das wenigstens anwählen könnte dass man sieht was passiert dachte es wäre was passiert aber ist er gar nicht oder thank you for your follow appreciate it a lot thank you bro ich habe mein ton an oops my bad i'm sorry excuse me rubiera line i appreciate you thank you very much holy catcher molly ja okay das ist jemand anders natürlich ich habe die follow notification erst eingestellt und das war die erste das erste mal dass die notification kommt so i notification kommt so i ja ja gesagt man it's not scared but um i was very surprised bro let's get up my game is frozen ah no now it works i don't want to talk to you okay i have to fix some stuff ich möchte nur ganz kurz die einstellungen für die nur für die für die für den follow muss ich ein kleines bisschen leiser machen der ton war schon sehr laut ich weiß nicht ob ihr den auch hört aber besser ah i think that this was was anders glaube ich das war von streamlabs probably i will do that after after the after the after the stream oh 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 okay parched need to drink ich brauche eine bessere waffe ich brauche eine bessere waffe die 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 das sieht das sieht echt aus das ist richtig schön aber windows ist schon witzig ich höre doch tiere ich höre doch tiere kommen schon ich habe euch vorhin gesucht wo seid ihr ja machen wir weiter vielleicht gibt es irgendwie zur belohnung oder du kannst zwei drei sachen in einem aufwasch machen ja hase grüße dich und tschüss okay serious oh so bad quickly and just really really bad about okay so bad never mind egal passt schon ich habe einmal gebraucht und das habe ich jetzt auch bekommen aber da ist noch mehr okay 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 never mind never mind dann nicht hi bro bye bro serious ja egal passt schon hauptsache tot hauptsache ach mooi oh mooi oh i think i just eradicated your family i'm sorry oops it's a prank bro it's a prank money na dann jente ok weiter geht es viel cooler geworden als geplant in my civilized country so okay eigentlich wollte ich so arbeiten genau auch einfach so fertig ich ja 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 Ah, we finished producing. Un momento, I have to answer my wonderful viewers. So, no, now we are back, now we big, we big big. So, jawohl. Instinktiv schaue ich immer nach rechts, weil ich meinen Controller nehmen will, aber ich spiele nicht mit Controller. Das ist so ungewohnt, aber das liegt daran, dass ich eben Jahre nach auf Konsole getrimmt war. Ah, building tasks sind so tedious, einfach, du bist so, eh, build, build that, und dann bist du so, okay, okay, und dann brauchst du das, ich weiß. Gäbe es coolere Sachen auch, jetzt komm. Ein, zwei Sachen ist schon nicht schlecht, aber wenn es dann wirklich so das Fortschreiten des Spieles beeinflusst. Wie sieht denn du aus, überhaupt? So, this is, nope. Oh, bro, das dauert Jahre. So, jetzt. Also, this is the front and end effect, oder? We know, like. Do, 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 do. Weißt du was? Wir machen das jetzt anders. First of all, let me take a selfie. Na ja, joke. Na, es war schon so. Dann wollte ich eigentlich walls, was ist das? Ah, okay, so sieht man doch einen Unterschied, wie ist es mit den Fenstern? Ach, da, okay, die Kreuze da unten. Anders tut. Aber costs sind die gleichen. Ja, I don't need a window there. Das wär's noch, damit ich einen Stein anschauen kann. Ah, gut. Dann. Machen wir mal weiter. So. Hoppala. Nicht ganz so wie geplant. Ah, bam, 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 bam. Yes. Dann wollen wir mal hier. Ah. Nice. Nice. This is a strong foundation for us to build upon. I've set up a journey interface to help track our progress. For each task you complete, you'll unlock some supplies we can use. So far, what we've got won't do much against those deviants out there. We need proper weapons and armor. There are some abandoned Rosetta facilities nearby. Maybe we could find some useful supply crates there. I've marked their locations on your map. Monolith ruin. Mhm. Der Weg, der direkte Weg würde mich darüber führen. Aber ich glaube, dass ich dahingehend... Ja, hab ich noch nicht, hab ich noch nicht erfüllt. Macht absolut Sinn, da nach rechts zu gehen. Macht absolut Sinn, da nach rechts zu gehen. Definitiv. Na dann. Hm, ab jetzt auch gleich. Da, 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 da. Aber was kann ich dieser Sample in everything oder was? Ich denke mal, oder? Ich denke mal, oder? Ich warte lieber. Ich warte lieber. Ich kann es später ja immer noch machen. Machen wir lieber jetzt noch ein Crate. Und dann können wir uns, und dann können wir losgehen. Dann können wir uns, dann können wir loslegen. Wir fangen mit einer kleinen Basic-Kiste an. Ah, warte mal. Ey, da kann jeder drauf zugreifen. Vergiss es, never mind. Passt schon. Ähm, dann wollen wir das jetzt so machen. Okay. Brauche ich noch irgendwie Food oder ähnliches? Ja, bro, komm schon. So bad. Weißt du was? Das ändern wir jetzt gleich. Ähm. Ja. Ah, okay. Da kommt keine Treppe mehr nach. I see. Ja, better. Deutlich besser. Roasted Corn. Wie lange ist denn mein Korn noch haltbar? Machen wir jetzt. Sollten wir vielleicht zu ossagen. begging. Rabbids Meat muss man auf jeden Fall mal zubereiten. Flowers. Warum werden flowers schlecht immer? Was macht man damit? Tail. française. Both cooking ingredients. Ornament plant. Verstanden. Dann machen wir jetzt erstmal Rabbids Meat. Okay. damit es nicht spoilt ja bleibt dabei oder eating interbiotic heating for gastric this come within 30 ist aber wasser kostet aber wasser das muss nicht sein das muss nicht sein okay dann kann ich eigentlich partiell was rausnehmen muss ich mal herausfinden works schön schön sehr schön dann wollen wir mal so 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 every five levels you will unlock a new specialist specialization note shoes come Come on! Cannot be changed, okay? Vielleicht Guide, irgendwo ein Guide, wo haben wir einen Guide? Come on, raus, 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 raus. Ähm, nup. Auch nicht, auch nicht. Status, wie macht man Status, was denkst du, wie man Status macht? Nochmal. Jetzt so stupid, das ist... Es ist inversed einfach, ich weiß auch nicht warum. Ah, Mann, hör auf! Hör auf! Lass mal überlegen. Nope. Warte, was ist das? Okay. Uh, f2, 3, 4, 5, 6, 6... Nein, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6... Stop. dumm das war jetzt echt unnötig instruktions einfach nein damit okay alles klar was wollte ich zur weibung nope we were looking for this assembly is auch interessant scraps collected while exploring the settlers can be turned into usable base okay so far so good was ist jetzt mit um nope nope mimetics i think it was mimetics and then specialization open the cradle screen and into the mimetic here we are one of the effects to improve the ability to produce manufacturing or change the productive fish effect unlocking two specialization abilities in the same classification directly will unlock ja interesting ist so wie berufe im endeffekt okay im starting to get it after reading ist halt so ok nur ja wir machen wir das zum dümmsten eigentlich dahin ich habe jetzt essen mitgenommen ich nehme das ganze essen mit wir machen jetzt erst mal unseren opa jetzt erst mal unseren upgrade so wie geht wie geht das wollte ich ein besseres ein besseres ausrüstungs ding wichtig wichtig wie source directions auf jeden fall herrpfull bronze casting macht was dann to cost bronze ja später hmmm recovering hp would be items noch nicht basic gear noch nicht stoves cooking we have cooking already planting times are bad it's time to learn how to grow because he met er ist requirement interessiert mich aber was wie funktioniert das loamy soil oil water and spoiled food i need water first in water collection system rubber ok er drawing me draw ok ist chillig basic defense can wait your storage yeah i haven't even bought the second ones die niedrigen kosten haben mich überzeugt ja nicht so da oben ok dann wollen wir mal also entweder eine große kiste oder ok komposit bin ist kompost bin es auch nicht schlecht backpack superfinery transforms as it into possible i will wait until i have a vehicle denke ich mal das wäre vielleicht die klügere variante alles andere ist ein bisschen überall frisch na den ich könnte teleporten aber wie weit bin ich denn auch gott ich bin da gar nicht gelandet nun gut dann bei foot apropos haben wir nicht irgendwie neue sachen schauen wir mal nada nada ich bin nicht interessiert na da wait warum macht überhaupt keinen sinn auch nichts nix gibt dann gehen wir weiter das eine ding könnte ich dann später recyceln ist schon mal chillig dann lauf mal vor ist ich bin na 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 das läuft einfach dagegen was für ein fail du bist kein gutes känguru wie sieht es aus essen trinken ja kann noch warten kann noch warten doch 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 Oh Almost got into a traffic accident This is not an ASMR channel That costs extra JK With 1000 Nah, fun You don't have to do that Banana tree Was kriege ich, wenn ich dich fälle? War nix Wunderbar So gefällt mir das sehr gut Und jetzt habe ich auf einmal Das Pumpkin, das ist gar keine Orange Ja, dann weiß ich auch nicht So, vergiss mal Vergiss mal, vergiss mal Was ist das? Why am I blinking? I don't know Never mind Let's go So bad So bad Focus Richtig schlecht Richtig schlecht Das ist ein guter Anfang Copper Muss ich mir noch holen Sehr gut Bester Mann Wie sieht es denn überhaupt mit Gewicht aus? 48 Das geht schon Könnte schlimmer sein Wundervoll Am I slim enough? Ah ja Wenigstens muss ich da nicht extra hin Wenigstens muss ich da nicht extra hin Junge Da nicht Dann halt von oben Auch Kein Fort coffee Das geht nicht mehr Anche Na Bek気 Das war Gottmann. Baby? Try him, Baby. Oh. Ups. Too late. Wollte die Waffe einfach nicht wechseln. Never mind. Geh. Hilfst dir nix. So. 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 Okay. Oh. Yeah. Tock act. Pass schon. It's okay. Nothing. Nothing. Hey. Hey. Bro. Bro. You are not. I don't know. I don't know. I don't know. want to hug da liegt die nieder wir sind es ein bisschen zu viele hindernisse das nervt weil du kannst nicht über die hindernisse springen ohne deine visibilität zu gefährden ich würde gerne alle in stealth modus einfach holen aber mal gucken mal ja komm lass tanzen oh bro never mind hi bro hi bro wow hätte jetzt alleine nicht hinbekommen das heißt ich mache immer so oder was das du 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 nevermind Mr. Invisible wer hat dich eingeladen wer hat dich eingeladen hi bro okay 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 gehört nicht dazu okay dann verlassen wir jetzt die facility weil im endeffekt gibt es dann keinen weiteren grunde zu bleiben okay 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 ist auch schwierig 66 prozent akzeptiert ok okay 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 Pro Not done Newspaper pile Was all designed facilities Okay Construct in territory Okay Werden wir mal anschauen Ich hab keine Ahnung was das macht Alter der Schatten In diesen ganzen räumen sind so kleine mülltonnen oder was okay nehme ich was ist da mit dem anderen raum Okay Hallo I just want to say hello You did You did Again Again You look big Was bist du Opa Opa Falsche Waffe Eigentlich war das hier gedacht Blöd Dammit Ah Nevermind egal Komm Ask John Hi Bro Ich will mein arrow wieder haben Hm Nix Auch nichts Auch nichts Auch nichts Auch nichts auso Woa 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 whoa woa 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 woa! Hi Doctor Hi Doctor Hi Doctor Nada Ok, ok, ok Hoppala Sue Wrong direction What the heck Bro, holy kachamodi What Wie nur ein Schaden Oh shitty Oh shitty I don't wanna die I don't wanna die Ähm God freaking Ah Panik Ich wusste es Was passiert eigentlich Kann ich Schaden machen? I need to go I need to leave I'm not prepared for this I'm not prepared for this Nah, nah, nah Gar kein Fall Bro, you still, oh god Okay Ach, das ist eine Schallwelle Okay, okay Jetzt verstehe ich Wer schießt denn da auf mich? Was ist denn los mit dir? Jetzt komm mal klar Kann ja nicht wahr sein hier Holy kachamoli Holy kachamoli Okay, I see Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Abstand Stupid 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 Absolutely stupid Willst du wirklich drauf? Okay, okay Kein Problem Komm Wo bist du? Komm Two can play this game Ja, wie schlecht Komm Run, run, run He is not running Ah Vielleicht wegen der leg injury Mhm Okay, good to know I will see you again Das sag ich dir so wie es ist Okay, my leg injury is gone Apparently Warum sind meine Herr Pivik? Okay, my leg injury is gone Keine Ahnung Egal Keine Ahnung Aber wie hole ich jetzt mein Viech? Okay My Deviant My, 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 my butterfly How do I get that? Hmm Eine neue Herausforderung Basics Das manual War hier Combat Techniques Deviation Battle? Nö, da geht's um die Gegner Doch Doch Vielleicht muss ich dafür erst diese, 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 diesen Inkubator oder was auch immer er ist oder das Terrarium oder I don't know So Vielleicht muss ich das erst aktivieren We will see Erstmal das hier Freischalten Ja, keine Belohnung oder was? Jetzt könnte ich mich theoretisch dahin porten Für 100, okay Da ist ein Boss Da sind Crates Da ist gar nix So Nach dieser recht unangenehmen Erfahrung Würde ich mal behaupten Das Es Sinn macht, wenn wir uns jetzt essenstechnisch einregen Damit wir da nicht mehr wieder in die Situation Beziehungsweise damit wir uns richtig erholen können So Ich glaube einmal die 6 war ein gutes, ein guter Gegenstand Naja Und die 5 und da muss ich mal schauen, dass ich hier Wasser, Wasser, Wasser Aufbereitungsanlagen oder sowas herstelle Naja Der Teleportationspunkt ist hier freigeschaltet Wenn ich da mich zu schwach fühle für den Boss, dann ist das kein Act Dann deportiere ich mich ein andermal dahin Aber vielleicht kann ich noch was mitnehmen Das wäre schön Hoppa 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 You are partying without me? Okay Hat keine Waffe gedroppt Okay Okay Alright Okay Das ist das Spacetime Ripple I see nothing I see five I don't Hey bro, you look familiar Nope, 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 I'm not playing this I'm not interested in nothing, bye I'm not buying anything Doink, 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 doink Wenn das Spiel so buggy ist, dass du nicht weißt, ob das jetzt ein Viech wird oder ob das einfach am Spiel selber liegt Mensch Mensch Hey Hey Same room, probably Orientierung wie ein Goldfisch manchmal Serious Ah, okay 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 Kalo, grüße dich Schön, dass du da bist Jetzt kannst du wieder gehen Nein, Spaß Was hat das jetzt gemacht? Rift Anker Ich hab keine Ahnung Joins du? Hast du vor zu spielen oder heute eher nicht? Wie sieht der Plan bei dir aus? Wie sieht der Plan bei dir aus? Okay Ja, verständlich Super Jetzt war nicht gut Jetzt war nicht gut Gut Jetzt war nicht gut Oh, man Oh, man Ja, 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 ja. was immerhin die saunen schlecht doch nicht ist es wieder material oder was also manchmal ist das ganze echt verwirrend muss ich sagen aber gut es hat bis es ja gut hallo ja 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 immer die arme runter kann ja nicht wahr sein ja Das ist ganz so schön. ach das sind mods vielleicht war das gleiche pollution resistance die intensität ist das gleiche und wenn speed 8 schon deutlich besser und modify geht dann so genau dann kannst du das hier und ist das keine ahnung warum das so ist aber es okay akzeptiert und das ist jetzt mit meinem anderen zu ich hatte einen anderen zu ich will wissen wo der ist war das mod vor allem sud käme ja über alles drüber aber anscheinend anscheinend ja 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 Okay. Opaa Dammit, jetzt hör ich doch auf über zwei jetzt okay wir sind wieder da weg und weg so wollen wir mal kommen wir klar gut mein letzter blick weil ich ja immer irgendwas übersehen was bist du überhaupt warum gehst du nicht auf und zu das verfahren okay wir können den keller verlassen ich habe den football doch vorhin aufgesammelt das ganze zeug okay ah buggy buggy shit understood denn gut so so far er ist frei da fehlt uns nur noch ein weapon create und dann hätten wir die gegend hier fertig dann müsste ich nie wieder hierher kommen außer auf den posten zu klatschen mach mal einmal drumherum papa ja nein ja das ist das einfach die Leute zu do immer auf es gibt ...to a big corporation, that is. Kleiner Pisser. Okay. Sehr weird. Sehr weird. Super weird einfach. What the heck? Na, dann halt nicht, Alter. Was ist denn los mit dir? Stirb. Ekelhaft. Ja, komm. Und tschüss. What? Okay. Das hat mich jetzt schon geärgert. Ich wollte eigentlich die Waffe gegen... ...den Boss anwenden. Und schauen, ob ich da... ...auf Distanz... ...mir einen Vorteil verschaffen kann, aber... ...ja, waste of time. Hat alles nicht so funktioniert, wie gehofft. So, dann schauen wir mal diesen Häuser... ...diesen Häuser-Block an. Könnte ja... Warum ist nicht die Musik noch an? Wäre ich angegriffen, oder was? Da folgt mich irgendwer. Woa, 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 woa... What the heck? Aaaaah, ja. super und erwischt mich trotzdem oder was heftig ich dachte so ja schön up is great mission kommt er kommt die frage ist gibt es einen grund warum die leben jetzt immer wieder immer weiter abnehmen ist das durch die verletzung durch das nicht heilen oder wie behebst du das erstmal kurz irgendwie mein display ich bin gerade so jetzt das interessiert mich eigentlich auch der rift entt ihr ist in monolith in bayern loggen ist okay ich verstehe also den nächsten boss zu bekommen ok 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 anima enemies nennt sich das ok so weit so gut ja ach so deswegen geht er nicht weg ich denke mir die ganze zeit warte kurz so dann machen wir da so weit dass sie mensch die serie kann also wie sie gekämpft zum enttys in das ja dann waren wir hier ... all the text you've acquired in the game, as well as the list of items, friends I've met, enemies you've encountered, achievements can view, blah blah blah. Okay. ... ... Ach, Okay. Makes more sense now. Das ist meine Sanity. When you encounter monsters or enter pollution zones, losing sanity will reduce your max HP, current max HP reduction is 8%. That's why. When a sanity drops more than half, you get a whim. You can only have 6 whims at any given time. Was, 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 was sind Wims? Und wie erhöhe ich das dann? Quasi durch... mehr Sanity? Fragezeichen? Ähm... Wie viel habe ich denn momentan, ist die Frage. Probieren wir es, oder? Just to find out. Mhm. Und was sind Wims? Ja, was, ja wie denn? Was, was ist es denn? Was, was ist es denn? Survival Info Screen? Oh, da ist der Dick. Und dann was? Expand the Buff List. Wo sehe ich denn die Buff List? Egal, brauche ich jetzt gerade eh nicht, aber zumindest ist das schon mal gut zu wissen. Okay. Ah! Haha, okay. Ente, level two. Wo, 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 wo. bro, das war nicht so fine. Aber, okay, I should move. I get it. I'll be on my way. okay bye bro bye bro okay whoa okay there you are oh i think you saw me serious okay also da vorne gibt es wohl irgendwo ins kopfschlüssel nicht so ganz funktionieren wie man es möchte nun ja wir wollten eigentlich die fünf häuser durchsuchen für die kiste das tue ich jetzt auch so 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 hallo take it danke alle 500 mal muss man tippen so next dwitt das was oder doch nicht der er hm 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 Hmhm. Hm. Oh, bez a szpitalzni. Let's go here. 85 prozent okay so langsam sollte man sich das doch überlegen drops my own sanity oder was zwei intensiv das ist ja egal eigentlich wurscht also meine sanity aufzugeben wäre ziemlich stupid action von dem her okay we're finished here serious well job well job okay dann nicht we'll take it so 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 okay sounded worse than it was so 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 aber auch nichtes würde der leuchten kosmetiks vielleicht auch nicht ich hatte eine komische jacke ich habe jetzt diesen launcher gehörte ich hab keine ahnung was dann egal weiter im text bro er hat mir doch das macht doch keinen sinn ich hatte eigentlich die machete aber okay passt schon auf dem display war ganz klar dass die armbrust deswegen habe ich eigentlich dann angegriffen aber überhaupt nichts ich hatte doch irgendwo hier habe ich weggeschmissen also ist die nur vorübergehend verfügbar oder was aber ganz schön wenig zeit muss ich sagen jetzt sind wir auf jeden fall hier dann schauen wir mal noch mal jetzt rückwärts und dann bleibt bleibt nichts übrig was dort sind was ist das keine ahnung da gucken wir dann hier drin war ich aber schon ich weiß jetzt echt nicht naja muss man weiter suchen und die augen offen halten sonst geht da nichts na dann hat er lehnte wasser muss ich auch langsam wieder besorgen also die ist nicht so gut steht 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 haha habt ihr mich jetzt echt macht doch gar keinen sinn macht doch alles gar keinen sinn sagt mal also so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schrei nicht so muss ich jetzt Buggy shit I have no idea This game is confusing me It's hard Soll ich versuchen da hoch zu jumpen vielleicht? Gibt's hier unten was? Nee, da war ich schon Nothing to see Okay, 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 alles, alles, oh, gar nichts habe ich gefunden, Junge, gar nichts, ich habe gar keinen Plan, ich habe keine Ahnung, super frustrierend, aber gut, das ist, was es ist, was soll ich jetzt sagen, kann ich jetzt auch nicht ändern Ich will halt sehen, ich will halt wissen, warum diese Chest mir dort angezeigt wird Like behind me, there is supposed to be something, aber wo, was, ich sehe gar nichts What if so, was, was? Serious? Holy, who's trying, shit? Du nicht mehr. Hat er die Range nicht, oder was? Okay. Da dürfte aber keine Kiste sein, weil sonst müsste das hier erleuchten. Ey, komm. Ich bestehe darauf, okay? Dann halt nicht. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Vor allem... Ah, nee. Was ist da hinten? Haben wir schon. Gut. Dann lassen wir es jetzt gut sein. Danke. See you later, Elegator. Wir gehen jetzt hinter zum Stadion. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Ahnung. Es macht keinen Sinn. Und Frustration steigt. Holy catch a molly, was geht nicht ab? Wer hat dich denn so gefüttert? Wir sind wieder. Hahaha. Und so gefällt es dir? Ich bin ein Blatt, was ich sehe. Ich bin ein Blatt im Latt. schon okay kann man schon so stehen lassen der war doch gerade da ist jetzt auf einmal wieder disappeared monster bus egal dann wieder zurück vielleicht ist es ja besser so wer weiß ja 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 Okay. also wirklich gar nicht das ist das macht einfach keinen sinn jetzt hast das schon zweimal durchsucht kannst noch dadurch suchen und dann war es das oder waren wir schon waren wir schon habe ich komplett abgesucht ja was geht hier hinten gar nichts okay ja dann hallo jetzt mir nur like Nicely done thank you inadvertent support so gefällt mir das Mensch blablabla bedeutet wir sind hier eigentlich durch das schon mal sehr schön so not a in blablabla ja rippling spacetime, i dont see nothin hi, you wanna talk? lets talk so that's good that's actually good but i wont tell you what nah ich habe einen bestimmten energy drink dem war nicht schlecht gouty was los ach der bruder will aufmerksamkeit nö ich gebe keine autogramme keine lust tschüss tschüss die zuschüsste klappen können na gut da gut dann laufen wir im außenrum wie passen was ist das einfach nur optisch aber trotzdem cool was los schade dass ich nicht cool unterm fliegen einsetzen kann ich bin nicht ich bin Somewhat thirsty. Random alarm clock. Das ist schon. Also in meinem Fall ist es schon Blödsinn. Aber gut. Ja. 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 No. Ja. 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 nach hause so, gucken wir rein lass mich mal nachdenken okay let's get you up hey bro do you know where the next oh sorry hey bro ja eigentlich musst du schon da vorne schauen, das hilft nix hm 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 oh ja no thanks not what i'm overloaded warum ist da ein x auf der karte trotzdem ist es lästig holy kachimbo Thank you very much for your follow Much appreciated Hello, Speten Thank you And welcome to the club Hello, Speten 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 Wife was spotted Lol Um Funny boy Girl, what Now, fuck me What you gonna do What you gonna do When they come Talk to a strange woman In front of me Yeah, please Do that Get your hands Off my stuff I can't talk Without using my mouth Super Ingenious orbit Ah You're pretty cocky For someone who doesn't even have a weapon I'm quite mad I don't know Hold on Is that a cradle on your back? Oh You asked Rima? Interesting I thought I was the only Mayfly left Where is your cradle? Nice I'm just a researcher Not every Mayfly was out there Yeah, 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 yeah Schmatze Sagt dabei ja Quatschkopf Interesting I thought I was the only Mayfly left I'm Mary I came here to investigate a deviation that's been causing issues I think it's connected to a recently reopened monolith nearby Ugh Don't tell me you're going to try and take on a powerful deviation barehanded Even an ordinary deviant could tear you apart right now Yeah, that's a bit For a Mayfly You're pretty enix I'm going to give you a blueprint Use it to make yourself a gun While you're doing that Once you're done Come find me in Dudsville It's the nearest survive after all Two heads Two heads are better than one Mmm So another Mayfly survived Yet I can't remember her My memory's been patchy ever since Metsuko revived me Just to be safe It's better not to share everything we know with that woman Especially about Metsuko That blueprint is rock solid though We can use it to make a real gun Let's check your memetics and start by building a gear workbench Soon Soon My man, soon Warum verschwindet das Ding? Oder ist das jetzt wieder diese Kistengeschichte? Ja Nevermind Ich kann einen Ich kann Blut nicht einfach stehen lassen Auch wenn ich gar keinen Bock mehr habe Da hinten bist du Okay Where did I get this? Ja Ja It's okay Oh, Bro Komm Geh dich erschießen Geh dich erschießen einfach Wahnsinn Ach, Mensch Ach, Mensch Ah ja, okay Tachi Und dann geht's Nice Okay Gut Schön Ja, ich muss halt herausfinden was diese Fuel Umwandlungsgeschichte angeht Ob die Ob die Das wert ist Beziehungsweise ob die vorzuziehen ist Oder ob ich mir selber Gewicht verpasse Das ist jetzt eigentlich die Entscheidung vor der du stehst Huh Naja Either way Let's go Unable to teleport Okay Nice Super Ich meine, das macht schon Sinn, aber Hätte man auch irgendwie Früher mitbekommen dürfen Ich stand davor ja auch nicht direkt an dem Tower oder was Ich konnte trotzdem einfach mitten aus der Pampa heraus mich porten Aber gut Die Situation ist nun mal so wie sie ist jetzt Hallo Und tschüss Ich muss jetzt endlich Sachen abschließen Einfach nach Hause gehen und dann The chest bone, das Haus zu machen Ah, jetzt können wir wenigstens das X aufsuchen Na immerhin Ja, unable to teleport Das ist ein Problem Das ist ein Problem Doink 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 Schön Schön Bewegt sich weit Tatsache Na gut Das machen wir alles wenn wir in der Base sind erstmal jetzt So ist mal egal Ich bin ein Problem Ja, das ist aber Ich bin ein Problem Ich bin ein Problem Ich bin ein Problem Aber ich muss jetzt nicht mehr Ich bin ein Problem Ich bin ein Problem und ich bin ein Problem Okay. Oh mein Gott, Tatsache, Junge, was... Was geht hier ab? Weißt was? Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt ganz anders. Mach einfach den nächsten Teleportpunkt auf. Fertig. Halte ich mich jetzt nicht lange auf. Ist ja Blödsinn. So nehme ich den wenigstens mit. The respawn point is too far from the area. Ja, wir haben Exploring. Es ist recommended to set up a camp nearby as a respawn point to ensure efficient exploration in the carriage area. No worries, Bro. We are gonna get some update now and then get back. Um? Trinken, minken und essen. Nehmen wir die drei, die Nummer sechs. Tikwera. Kommt? Kommt, kommst du dann zum Lacan. Kommt. Und dann kommst du nach Hamburg weg. Okay,п die beleuchtung und sowas und die temperatur zu eigentlich auch die heizung ausschalten so echt jetzt egal wir machen jetzt dann sein heute messen ich gehe jetzt hoch beziehungsweise ich hoffe dass ich wirklich nach oben finden sonst muss ich aus nur noch aber ich muss sagen meine bewegungsgeschwindigkeit hat wieder gut zugenommen ist mein gewicht ist mein gewicht ist nach wie vor dann wird es wahrscheinlich aufgrund aufgrund des bonis sein oder da bist du das ist nice kann man kann man kann man mit leben was geht hier oblivion lässt grüßen oblivion in skyrim aber das sieht schlecht aus oh oh nice 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 come on oh where to go from here ja never mind ist es war schon zu steil es war schon das war schon cool dass ich überhaupt da hoch gekommen aber so nicht ich habe lila rosa schuhsohlen auch interessant seriously bro was machst du hör doch auf jetzt ernsthaft oh gott vielleicht da echt jetzt naja das ist mir zu anstrengend dann laufen wir mal weiter nehmen wir mal mit auf jetzt das ist ja da ist ja es war so schlecht ich habe schon gewusst bevor ich geschossen aber aber ja 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 8 milch kriegt man von denen auch oder tut es nicht wusste ich nicht einfach im stein verschwunden heftig heftig hey wird Oh Bruder echt Okay Cruising to the city in my 6-4 Was geht da ab? Quest oder was? Nice try Schüchtern wie immer ein 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 Schüchtern wie Schüchtern Okay, Naano lassen wir es dabei der evolution ja dann denken wir mal eine andere anderes task ja das ist egal okay dann müssen wir dahin warum macht er es nicht so ja jetzt gewusst würde ich sagen einmal nach links level 8 ja kommen müssen wir jetzt noch nicht übertreiben machen wir mal die ersten mission dann können wir weiterreden vor allem die ganzen basic weapons und fahrzeuge und alles noch nicht aber also schlecht letztendlich auch nicht ich mal ganz ehrlich sagen okay und jetzt was willst du von mir so alle oder was ja bevor ich das macht mit dem spaß mache ich erst mal zu obwohl die kann ich ja dann mitnehmen was schon den fehler okay habe ich jetzt mehr gewicht oder weniger ist jetzt die frage da 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 gear workbench territory go to construction mode and build the supplies workbench territory okay so damit kannst du bessere sachen zusammensetzen und hier geht es um körper in gott okay muss ich erst noch herstellen sie 23 stück dann kann man die waffen pushen okay dann machen wir es mal so es ist die standardwerkbank kann ich die auch draußen hinlegen ne muss hier sein okay kein problem kriegen wir hin wo lass mich mal überlegen ja ich weiß was ich will ich sehe den unterschied jetzt den unterschied jetzt sehen und dann brauchen wir noch eine tür dann noch ein fenster fenster wie mache ich glas fischpäts eros ointments ja das ist sowieso drei stück doch nicht am minimum machen wir mal sieben und koppel in gott max und charcoal auch immer 20 später könnte ich hierhin erweitern und dann da oben das klassen ist das wenigstens jetzt dürfte er jetzt haben oder genau Das machen wir jetzt. So... Vielen Dank. Vielen Dank. Ja und das ganze Zeug, wo geht das ganze Zeug hin? Frage ich das dann mit oder wie läuft das dann? Und die Deer Milk hat noch dreieinhalb Stunden. Ah, Ingredient, okay, muss man es mal zubereiten. Was bist du? Fuel. Pumpkin hat noch eineinhalb. Uh, the bird egg. Serious? The bird egg, bird egg, bird egg. I can't use it. Ernsthaft? Hm, nicht so toll. Was konsumiere ich das jetzt, oder? Kann ich auch nicht. Nee, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Was das? Seed. Ah, das ist das ganze Material, was aber auch sein Gewicht hat, aber wesentlich weniger als vorhin. Okay, jetzt sind wir beieinander. Ähm, Blueprints, was haben wir denn? Shotgun. Okay, that's cool. Und das? Sind Mods, die wir gelernt haben. Ähm, Blueprints, was haben wir gelernt haben. Okay. Hm. Mhm. ja wenn die normalen eros weg sind dann können wir das machen was es was wollte ich jetzt irgendwas wollte ich noch machen aber wenn jetzt nicht mehr ganz konzentration jetzt schon wieder ein bisschen so viel mehr konzentriert will ich ja auch nicht wenn ich vor der energien uhr 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 wartet jetzt ist das basic okay wo stelle ich dich hin außerdem ja okay das ist ja cool jetzt praktisch 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 schön nur dann ich muss mir das alles dann in ruhe durchsicht lesen aber wir machen jetzt erstmal den wasser ist mein problem cannot be supported ok kein problem machen wir anders eins nach dem anderen foundation ein okay 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 dann will eine gier eine gierwerkbank oops okay gear workbench ja brauche wieder körper koppel wie viel hast aber auf jeden fall genug grundmaterial in dem her was das auch nicht ganz so gehen wir uns holz besorgen ich habe mich doch gerade korrigiert also so wirklich also stehe ich nicht auf 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 im brest question ich habe die ich habe die axt nicht rausgenommen kann das sein ich habe sie doch gebaut ich verstehe es nicht verstehe ich nicht jetzt gerade jetzt gerade ist bei mir ein bisschen sehr viel verwirrung schauen wir was ist mit dem stein sollte in ordnung sein dann war das bloß wieder mal ein bug jetzt hier was zu kochen da war doch was also die eier sind jetzt natürlich schlecht geworden alles ist jetzt was 19 stunden potatoes können wir arbeiten potato pumpkin und corn potato pumpkin corn und sanity gummi okay potato pumpkin corn corn sanity gum potato corn sanity gum nothing was ist denn das was erklär mal was ist denn los also darf ich mir ein bisschen das verständnis muss ich sagen wollte es einfach also mechanik jetzt jetzt so nicht gebraucht in meinen augen aber ok ja nur für der komment das geht schon mal nicht aber die leute könnten von oben in mein haus rein drop das ist auf jeden fall möglich und das ist nicht erwünscht machen wir uns jetzt mal ans machen wir es einfach durchgängig so erstmal das brauche ich wieder zu wenig lockt gehen wir kurz aus holen uns noch so auf 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 ja ich kann selber abbauen nice schön sohn sohn my friend okay sonst haben wir nichts mehr es wiegt alles nichts ich muss sich mitnehmen das sowieso eine ganz andere geschichte doch so viel schauen wir mal wenn ich noch anderes zeug haben dass wir nicht brauchen 1,62 das kann wollen wir nicht 3,8 3 ist jetzt auch nicht wirklich die welt steine können wir auch da reinschmeißen das m ja alles das müssen dann wollen wir mal schauen eigentlich macht es sinn okay dann schauen wir mal weil eigentlich müsste das ja auch was machen war genau die 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 super ich glaube ich noch gar nicht deswegen es passt schon ist schon eigentlich jetzt nicht wäre auch nicht schlecht ja das ist okay das ist dann bleiben wir in unserer infrastructure geschichte ich will nicht die letzten punkte da reinstecken und dann alles wegschmeißen hier hat kein doch gehe ist die frage werden wir sehen passt schon wir lassen wir es dabei siehst du mal siehst du mal siehst du mal das ist schön das sieht doch noch was aus okay okay und 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 belassen ist dabei da ist jetzt auch nichts in arbeit das habe ich schon gesehen habe ich schon gesehen das sieht doch noch was aus was mich interessiert auf jeden fall ansonsten kopf aus haben zeit ist jetzt auch nicht so jetzt so wichtig dann hier wird man noch mal viel körper in gott kein problem kein problem stellen wir her stellen wir her ich dachte jetzt abgebrochen habe es nicht gestartet dann sollte ich gucken dass ich hier das dach zu machen weil sonst habe ich mir keine eine pause fast nobody touches my stuff but me so 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 damit ich will eigentlich flight mode intern aber es funktioniert nicht aber auf der deutschen tastatur ist es halt so ja dann geht es halt nicht passt schon never mind dann muss ich das jetzt so machen schade we can use that blueprint to make both guns and ammo if you want to make ammo though you'll need to do it at a synthesis bench was fehlt mir dafür weiß mm-hmm mm-hmm nice nice doch das geil doch 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 ist schon cool das kann die noch mal richtig schönes upgrade game yep 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 i like what i see mm-hmm und 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 ja wie jetzt also ich muss das extra kraften damit ich nutzen kann verstehe ich das richtig dass ich mal gucken was bist du politisch lightning 2 2 du wirst und du wirst oder ich ruflein in zwei cool okay bedeutet ich kann da ziemlich flexibel alles zusammenbauen und dann zusammensetzen gefällt mir sehr sehr gut nun denn für mich ist es jetzt zeit eine pause zu machen drei stunden haben wir wieder am stück gestreamt ich bedanke mich für diejenigen die jetzt zugesehen haben und für diejenigen die das video später anschauen wenn euch der content gefällt und ihr mehr davon sehen wollte vergesst nicht den subscribe oder follow button zu drücken auch gerne auf youtube ich wünsche euch einen schönen abend sollten wir uns heute nicht mehr sehen dann sehen wir uns die nächsten tage passt auf euch auf einen schönen abend wünsche ich ciao